Guten Morgen Leute, Kenny ist auch schon draußen und wir haben sehr, sehr schönes Wetter hier. Guckt es euch an, sehr gut. Ich werde jetzt, lass uns mal so, ich werde jetzt, ich werde jetzt schön ins Gym fahren, schön trainieren und dann kommt der Treppenbauer, Leute, Alter. Dann geht das hier los, kriegen endlich mal die Treppe rein, ey. Hier, guck mal, wie groß das mittlerweile jetzt aussieht. Da kommt dann die Treppe ran, da ran. Ja, man sieht schon richtig cool aus, ne. Durch den Ausbautor weckt der Flur jetzt richtig riesig, ey. Voll krass, richtig cool, kommt richtig viel Licht rein. Ich freue mich auf jeden Fall und ich bin echt gespannt, wie das aussehen wird, jetzt aber. Trainingsjacke an und let's go. Der Moment, Leute, wenn die ganze Treppe ankommt, ja, die du vor, puh, Monaten bestellt hast, ähm, und dann guckst du mal so rüber und denkst dir so, hm, das hab ich doch in einer ganz anderen Farbe bestellt. Ei, ei, ei. Jetzt geht die, jetzt geht die Telefoniererei los, da, bei denen. Na, das ist immer belastend, ne. Sind zwar so kleine Teile, aber das ist wichtig, dass sie zum Beispiel jetzt in Weiß sind, weil sonst sieht sie einfach scheiße aus. So, wieder hier fleißig am Sparen. Zack. Das Gute ist, das Geld sortiert sich selber ein. Sehr gut, und jetzt wissen wir noch, ich mach das immer so. Ich hab auch schon ganz viel Glück. Du hast auch schon ganz viel Glück, ja, das stimmt. Hier kommen dann immer ein Zehner und Fünfer rein und davon hab ich auch einen. Kann ich den da reinstecken? Ja, den musst du dann so klein knicken, so. So, und dann musst du ihn hier hinten halt da rein drücken. Ja. Ist ein bisschen Fummelkram, aber das geht. Flying Sparer, weißt du? Und da hinten wird die Treppe jetzt eingebastelt. Das wird richtig cool. Es gibt ein neues Fahrzeug für mich. Ich hatte den 75S ja selber auch. Für mich einer der schönsten McLaren's. Wie so ein kleiner Junge, Alter, geil, der in so ein Auto einsteigt. Ich kann komplett nachempfinden, was er da gerade fühlt. Sieht man das? Sag mal, ist das nicht dieser McLaren von dem Flying Uwe? Hat man auch mal gesehen. Ja, kennt man, ne? Hat man auch mal gesehen. Schick, schick, immer wieder. Sind hier die Männer's hier. Sind hier die Männer's hier mit dem schicken Sportwagen. Echt schöner Bahn, muss man echt zugeben. So, wir machen erstmal einen Snapper, Freunde. Friseurtermin, ist da. So, Leute, bei mir kocht jetzt schon der Tee. Ich mache mir gerade den Tropical Monsoon-Tee. Und für euch gibt es jetzt Folgendes bei Foodsbest, Leute. Wer bei Foodsbest für 15 Euro bestellt, bekommt diesen Garden of Eden-Tee gratis dazu. Und es kommt noch besser, wer für 39 Euro bestellt, Leute. Der bekommt sogar noch kostenfreien Versand, inklusive den Garden of Eden-Tee natürlich. Und wer richtig auf die Kacke hauen will, Leute, bestellt für 50 Euro. Denn da bekommst du nicht nur den Garden of Eden-Tee gratis dazu, auch nicht nur gratis Versand, sondern auch noch obendrauf die offizielle Foodsbest Premium-Teeflasche, Leute. Kein Witz, wer für 50 Euro bestellt, bekommt das alles inklusive. Ansonsten einzeln, wie ich aufgezählt habe. Swipet ab und gönnt euch die fette Foodsbest-Aktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen. Und ich gönne mir jetzt diesen hier. Mmm, ja.